Ah, Geschenk von meinem Cousin aus Los Angeles. Dadurch, nicht meine Mannschaft, trage ich nicht. Für mich gemacht, von jemandem Bayern-Kippa, sehr gut. Über Bayern-Kippot zu reden, ha 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 ha, FC Bayern, auch für mich gemacht. Gestern Abend hat ein 1860-Lüwe-Fan angesprochen, er möchte einen so 1860-Kippa, habe ich gesagt, okay, 20 oder 30 Bestellungen dafür, ich stelle euch her, trage sie auch. Ich meine, die Löwen brauchen auch meine Unterstützung. Ein zentrales Augenmerk in Terrys Arbeit gilt den Stolpersteinen, auch wenn diese in München nur auf Privatgrund verlegt werden dürfen. Jeder Stolperstein gedenkt ein Opfer des NS-Terrors. Stolpersteine werden verlegt für jüdische Opfer, für homosexuelle Opfer, Sinti und Roma, politische Verfolgte, alle Menschen, die die Nazis verfolgt haben. Und durch die Verlegung der Stolpersteine habe ich ja die Familie Rosner, die in Israel und Amerika lebt, gut und wunderbar kennengelernt und daraus ist ein Familiengefühl, eine tiefe Freundschaft entstanden. Und das ist, was ich so toll an den Stolpersteinen finde. Wir bilden eine riesige Familie des Gedenkens.